Wo wir uns fragen müssen, wann gehen wir denn endlich auf die Straße, um Frieden zu demonstrieren. Ich möchte ein kurzes Zitat aus einer Predigt von Papst Franziskus anbringen. Keiner von uns kann sagen, das geht mich nichts an, die regieren doch. Nein, ich bin verantwortlich für die Regierung und ich muss mein Bestes dafür geben, dass sie gut regieren. Ich muss mein Bestes tun, indem ich teilnehme an der Politik nach meinen Glücklichkeiten. Die Politik ist eine der höchsten Formen der nächsten Kriffe, da sie den Gemeinwut. Ich kann mir die Hände nicht einwaschen, nicht wahr? Wir alle müssen etwas einbringen. Ich kann mir die Hände nicht einbringen. Ich kann mir die Hände nicht einbringen. Ich kann mir die Hände nicht einbringen. Amen. 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 Amen.